Soll ich euch mal was erzählen? Ich hoffe, er guckt gerade zu. Und dann fühl dich mal angesprochen, Julian. Wer einfach undercover meine Streams guckt und undercover meine Videos? Julian Draxler. Aber er sagt's einfach nicht. Er lässt auch nicht mal kurz ein Follower Instagram da? Nö. Aber er guckt auf undercover immer. Wahrscheinlich nicht mal sub hier. Julian, hast du mir 2015 schon am Flughafen gesagt? Ja, Bruder, ich weiß nicht, ob ich bei Schalke bleib. Bist eine Woche später zu Wolfsburg gegangen, hast damals schon mein Herz gebrochen. Was soll denn sowas?